Der Wald Der Wald. Ein vielschichtiges Ökosystem, welches eine herausragende Bedeutung für unseren Planeten besitzt. Vielfältige Wälder, von der Taiga bis zum tropischen Gegenwald, verwenden in der Photosynthese Kohlenstoffdioxid, um als Nebenprodukt den lebenswichtigen Sauerstoff herzustellen. Zudem spenden die Bäume wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tiere. In den verschiedenen Höhen der Bäume finden unterschiedlichste Tiere Schutz und Nahrung. In der Baumkrone, in sicherer Höhe, errichten Eichhörnchen ihre Kurbel aus Zweigen. Oft bauen sie auch schon bestehende, verlassenen Nester von Krähen oder Elstern mit Lehm und Erde um. Natürliche Fressfeinde des Eichhörnchens sind beispielsweise der Uhu und der Baummarder. Der Uhu ist die größte Eulenart Europas. Er ist dämmerungs- und nachtaktiv. Für die Jagd bevorzugt er weite Flächen. Am Tag sitzt er meist bewegungslos an einem Ort, oft an einem Baum, vor dem ungebten Auge gut verborgen. Sein Beutespektrum umfasst Mäuse, kleinere Vögel, Igel und Frösche sowie Kröten. Der menschenscheue Baummarder lebt ausschließlich im Wald und ist außerhalb der Paarungszeit ein Einzelgänger. Er bewohnt gerne Baumhüllen. Er ist an seinen markanten gelben bis hellbraunen Kehlflecken erkennbar. Neben Eichhörnchen stehen noch einmal Insekten größere Art auf seinem Speiseplan. Auch der Mäusebussard frisst Insekten, hauptsächlich aber kleine Nagetiere. Er ist der häufigste einheimische Greifvogel. Das Federkleid weist eine Vielzahl verschiedener Farbschattierungen auf. Zudem ist die Größe der Tiere von der Region abhängig. Das Rotwild ist das größte Säugetier unserer Heimat. Es sucht oft Schutz in dichten Waldgebieten. Die Tiere leben nach Geschlechtern getrennt in Gudeln. Einzelne Ältergehirsche leben als Einzelgänger. Rotwild ist dämmerungsaktiv. Es ernährt sich unter anderem von Gräsern, Knospen und Nadeln. Wildschweine können bis zu 20 Jahre alt werden. Weibliche Tiere leben mit den Jungtierinnen in Familienverbänden zusammen. Die männlichen Tiere leben als Einzelgänger. Wildschweine fressen Blätter, Triebe und Früchte, vor allem von Eichen und Buchen. Sie durchfühlen bei der Nahrungssuche den Waldboden beispielsweise nach essbaren Pilzen, Mäusen und Wurzeln. Über die Wurzeln nimmt der Baum wichtige Mineralien und Nährstoffe sowie Wasser auf. Die dafür benötigte Energie wird durch die, auch für den Menschen lebensnotwendige Photosynthese wieder bereitgestellt. Auch tote Bäume haben im Wald ihren Platz im Kreislauf des Lebens. Sie werden zersetzt und bieten Lebensraum für zahlreiche Insekten. Nährstoffe gelangen in den Erdboden und werden von lebenden Organismen verwendet. Doch das einzigartige Ökosystem Wald war einst weitaus artenreicher. Durch den notwendigen Eingriff des Menschen, um den immer größeren Rohstoff- und Flächenbedarf zu decken, gibt es heute hierzulande keinen Urwald mehr. Dem soll großflächig entgegengewirkt werden. Seit 1992 setzt nun auch die Landesregierung Schleswig-Holstein auf naturnahe Forstwirtschaft. Durch Drängen von Naturschutzverbänden wurden erste Wälder als nutzungsfrei erklärt und ihrer natürlichen Entwicklung überlassen. Mittlerweile gibt es in allen Teilen des Landes unberührte Wälder, sogenannte Naturwälder. Sie sind unsere Urwälder von morgen und setzen ein deutliches und bedeutsames Zeichen für den Naturschutz. Von der Taiga bis zum Regenwald. Die Wälder bieten einzigartigen Lebensraum und sind die Lunge unseres Planeten. Die Wälder von Naturschutz